So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Max Out Monday und wer die letzte Folge am Mittwoch der Raidmania gesehen hat, der weiß ja, es ist was richtig krasses passiert, womit ich gar nicht gerechnet habe. Wir haben die Raidstunde gespielt, wir wollten eigentlich nur einen Shiny Capofalla bekommen in der Raidstunde, was leider nicht geklappt hat. Mittlerweile habe ich aber zwei, ein normales Shiny, ein Lucky Shiny. Danke nochmal an Dantro26 für das Lucky Shiny und was passiert ist, was uns deshalb das Titel Pokémon beschert, diesmal durch die Einladung von Pyrokoga habe ich einen Capofalla in 100% bekommen und das ist eigentlich viel mehr wert als das Shiny, weil es einfach viel seltener ist und deswegen freue ich mich darüber besonders. So ein Shiny kann man sich ja einfach mal tauschen lassen, wenn jemand 10 Stück hat, aber so ein 100er musst du theoretisch selber kriegen oder beim Tauschen noch mehr Glück haben. Max out Monday, ich erkläre nochmal die Regeln. Ich bestimme einen Titel Pokémon, was ich maxen möchte, was aktuell zu einem Event passt oder zu den Raids oder irgendwie andere Sachen, die mir gerade gefallen oder C-Day. Wenn ich ein 100%iges habe und genüge in XL, ziehe ich das auf 50 und dann gucke ich mir fünf Vorschläge von der Community an, die ihr gemacht habt. Dafür sind die Folgen ja da, dass ihr auch Vorschläge machen könnt, was ich noch maxen soll. Leider ist es immer wieder so, dass die Leute sich gar nicht die Videos angucken und einfach das drunter schreiben, was sowieso in dem Video schon gezeigt wurde und das enttäuscht mich meistens total. Ich kann dann keine Nacht mehr ruhig schlafen, wenn ich im Video zeige, das hier ist ein Glurak, das ziehe ich jetzt auf Level 50. Dann fünf Minuten später sage ich, macht ihr mal Vorschläge, welche Pokémon ich maxen kann und dann kommt einer, hast du schon ein Glurak? Kannst du mal Glurak maxen? Dann weiß ich schon, Dankeschön. Danke Merkel, sage ich dann und ja, dann ist das Ding wieder fett. Also, fünf Vorschläge aus der Community kommen dann auch wieder dran. Vorausgesetzt, ich habe ein 100%iges und ich habe genügend XL. Falls das Endprodukt schon gemaxt ist von eurem Vorschlag, werden wir zukünftig also die Familien maxen, damit eben es besser vorangeht. Dieses Kabufala 100% werden wir jetzt erstmal maxen, wir gehen dafür hier drauf, haben 412 XL gesammelt. Es kriegt 1954 WP dazu, kommt auf 3950, was relativ hoch ist, habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist das Titel Pokémon, wo wir jetzt hier noch die Tags dran machen müssen mit 100% und mit Level 50. 50, bitteschön, der hat ja leider keine Feen-Sofortattacke, der hat Mondgewalt als Feen-Charge-Move, aber der hat Konfusion, was wenigstens auch vom selben Typ ist. Also Psycho-Fee, Konfusion, Mondgewalt, lassen wir mal so stehen. Jetzt gehen wir mal in eure Kommentare, was ihr da habt. Und die Sarina hat gesagt, schlage U-Haft-Nir vor. Jetzt schaue ich mal, das ist das erste, 4 Sterne und U-Haft. Und U-Haft-Nir ist hier und können wir maxen auf Level 50, 100%, kommt aber nur auf 3125. Trotzdem machen wir jetzt auch den Tag dran, Level 50 ist auch fertig, 100%. U-Haft-Nir, würde dieser Fan-TV sagen. 4 Vorschläge stehen noch aus. Rabigador hat er leider die letzte Folge, unter der er kommentiert hat, nicht aufgepasst. Wir gucken mal nach Max-Sax. Also nur um zu flexen, gebe ich jetzt Max-Sax eigen und sage dann, Max-Sax, oh, ist ja schon auf Level 50. Wenn wir noch einen 100er Milza hätten, könnten wir natürlich einen Milza maxen, aber wir haben keinen 100er Milza, oder? Doch, wir haben einen 100er Milza, aber wir haben keine genügend XL, um hier weiterzumachen. Dann hat er Rabigador, habe ich keinen 100er, weiß ich so schon. Wrestler Pikachu, habe ich keinen 100er, wir können mal nach Viscogon gucken. Viscogon ist auf 50, die anderen habe ich leider keine XL, um weiterzumachen. Also Schick-Nugget, leider nix. Dr. Best hat hier geschrieben, ich würde Biso-Fang, Zwirrfinst oder Zwirrlicht. Biso-Fang ist doch dieses Kontinentale. Da frage ich mich immer, wie soll man denn da überhaupt einen 100er haben? Hammer. Aber wie soll man denn da überhaupt XL-Bonbons kriegen? Es fehlen also die XL, um es auf 50 zu pushen. Das geht leider nicht. Ich bräuchte 208 XL noch. Gucken wir mal nach Zwirrfinst oder Zwirrlicht. Zwirrfinst, Zwirrlicht. Zwirr, ich glaube, da in der Familie fehlt sowieso was. Wir haben also hier Zwirrfinst, Zwirrklop, Zwirrlicht. Da das das nächstgrößere ist, würde ich jetzt aber hier einfach als Zwirrklop maxen auf 1799. Und ist damit der zweite Vorschlag von den Zuschauern. 1799, Zwirrklop. So, drei Stück stehen noch aus. Jochen Strehl sagt Horn-Li-U. Only you, Horn-Li-U, Horn. So, Bibor 50, Kokuna 50, Horn-Li-U. Jetzt gleich auch auf 50. Jochen passt immer sehr gut auf. Muss man mal loben, den Jochen. Lobt den Jochen, dann kommt er gekrochen. Aber Moment hier. Horn-Li-U. So, Horn-Li-U. Drei sind wir fertig. Zwei stehen noch aus. Plank-Ton, sagt Bruder Lander. Plank-Ton habe ich letztens gelöscht, weil ich gar nicht weiß, wer er ist. Und wir eh die Stufe 10, Stufe 4, beste Freunde erreicht hatten, würde beim Best-Friend-Glücks-Lucky-Freund-Dings dann wahrscheinlich. Hat sich seitdem auch nicht gemeldet. Denke ich mal, ist für ihn in Ordnung. Könnten ja nach 121 Tagen neu leveln. Bruder Lander haben wir schon auf 50. Kann man mal so zeigen. Braucht ihr also nicht mehr vorschlagen. Aber wir können ja in die Familie rein, nach Draschel gucken und einfach Draschel maxen, dass wir damit dann auch fertig sind. 2296. 410 gab es dazu. Machen die Level 50 Tag dran. Und schauen... Draschel! Und schauen noch auf das letzte. Sutsuku-Vorschlag. Ein Zubat, falls es schon gemaxed ist. Ein Fleck Noil. Zubat. So. X-Bat ist gemaxed. Golbat ist nicht gemaxed. Zubat auch nicht. Nehmen wir also als zweites mal das Golbat. 399 dazu. 2234. Kommt es jetzt raus. Auch Level 50. 100% Golbat! Bäh! Ja, das klingt auf jeden Fall sehr toll. Dann waren es eigentlich alle Vorschläge. Also den Rest gucken wir uns nicht an. Alle, die jetzt noch Vorschläge hatten. Alles okay. Seid nicht traurig. Macht trotzdem eure Vorschläge wieder unter dieses Video. Schreibt Vorschläge hier drunter, wenn ihr jetzt nicht dran wart mit euren. Oder wenn ihr noch andere Vorschläge habt, von denen die dran waren, schreibt die hier drunter. Dieses Format lebt von euren Kommentaren. Ich bin darauf angewiesen. Guckt aber bitte die Folgen. Wer die Folgen gar nicht guckt, macht einfach bitte gar nicht mit. Dann, mir nützt es nichts, wenn ich 100 Kommentare habe von 90 Leuten, die gar nicht geguckt haben. Dann lieber nur 10 Kommentare, die ernst gemein sind. Und das, ne, YouTube sagt man immer, Kommentare sind wichtig. Bitte kommentiert einfach irgendwas, aber nicht bei mir, nicht auf meinem Kanal. Kommentiert bitte was Sinnvolles. So, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir können auch mal gucken, kurz, ob sich irgendwas geändert hat. Wenn wir hier auf die WP höchsten Pokémon gehen, 5010, der Louis ist immer noch ganz oben. Dann seht ihr hier so eine kleine Auswahl. Und irgendwo hier unten müsste dann gleich, wir sind noch bei 4-2. 4-2, 4-2, oh, das dauert noch ein bisschen. 4-1, 4, jetzt mit 3-9 müsste es doch gleich auftauchen. Lunala immer noch besser. Hier, zwischen Meloetta und zwischen Ho-Oh. Jetzt ist das Ding, das ist auf 50, das nicht. Das heißt, Ho-Oh übersteigt irgendwann trotzdem Cabo Fala und Meloetta übersteigt auch Cabo Fala. Weil das Ding kommt sowieso auf 4.000 irgendwas. So, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses und bis heute Abend bei Chill mit Ramses. Ciao.